So, ich hab's schon, ja, ja, herzlich willkommen, du darfst diesmal ein Intro machen, wenn du willst, gerne. Yo, moin Leute, willkommen zu einem weiteren Souljob Part, jetzt knallen Max und ich noch ein paar Parts raus, da morgen schon wieder Game Over ist mit, äh, schon wieder, äh, schon wieder ist das behinderste Wort, was man nehmen kann. Ja, das ist Game Over mit, äh, 24 T-Rose. Und deswegen, äh, machen Max und ich noch ein paar Parts, dass wir auch schön, äh, was noch für die nächsten Tage haben, ne? Warum hast du nicht angesagt? Ja, ich, ich hab gefragt, ob du bei mir bist, du hast nicht geantwortet. Ich, ja, ich, ja, ich dachte, es wäre selbstverständlich. Ich hab alle drei gekillt, alle drei Kills hab ich bekommen von denen, die hier waren, also so richtige Kills, nicht nur, ist das... Ich hätte locker mit dem Lassen können, ich war dir, ich war die ganze Zeit einfach in your back, einfach... Ja, ja, ich war mir nicht sicher, okay, mach kurz Intro zente, wenn du noch was sagen wolltest. Ja, ne, ich wollte nichts mehr sagen, einfach, guck's euch einfach an, wie du spielen. Also, hey Leute, und das ist jetzt einfach instant nach dem letzten Video aufgenommen, aber ich meine, das macht ja nix. Links ist er. Ja? Lass ihn einfach so gehen, das ist nicht worth... Doch, three, two, one. Oh! Sehr schade! Ich hab 90 Schaden dadurch gemacht und ihn gekillt. Nice. Das ist perfekt. Wir tonigen auch zu no, ne? Scheiß auf alles. Ja. Lass links gehen, lass links gehen, lass den einfach da stehen, den können wir nicht schön da beim lassen. Ja. Was meinst du mit Eier? Komm, komm, rückwärts weiter, rückwärts weiter. Kannst, hast sick, aber wir haben schon... Oh, lass ganz hinten rum, lass rechts rum jetzt. Recht rum, rechts rum. Oh mein Gott. Renke. Ready for blast? Three, two, one. What the fuck, Alter? Richtig nice. Der hat Playen die gerade schon so ein bisschen. Wie, wie sie einfach flanken, ich hiele? Ich muss auch hier nicht verhalten. Lass weg, lass weg, lass weg, lass nicht stemmen. Wir haben gerade vier Leute da... Oh, der war low. Ich bin auf Balcony. Ah. Stod? Wo bist du? Ich bin nicht auf Balcony gekommen, deswegen. Bist du tot? Ah, ne, ich komm zu dir, ich komm zu dir, alles gut. Alles gut, ich komm einfach zu dir. Lass wieder rechts flinken. Ich glaube, es ist echt das Beste. Einfach über Balcony oder so? Ja. This pub stomping with blast, really? Renke, komm, move'n, 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 move'n. Ja, warte, warte, warte. Du, du kämpfst so viel, wir wollen einfach nur blasten. Mach mal six. Ah, da rechts den King kurz. Schön, den auch noch. Jetzt links die beim Blast, nein, 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 lass weiter hier rumlaufen. Oh shit. Ready for blast, er kommt, 3, 2, 1. Ich bin down, scheiß, Mann. Ich hab eigentlich hier gedrückt, ich hab eigentlich hier gedrückt, ich hab eigentlich hier gedrückt. Ich hab richtig scheiße. Ich hab hier gedrückt, aber der Heal kam, kam nicht so schnell, wie ich gedrückt habe, es war. Hä? Wofür bist du geschaut, vom Natespam oder was? Ich weiß nicht, irgendwas hat mir richtig Schaden gemacht, dass ich... War kacke. Okay, 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 er macht nix, man macht nix. Wir haben jetzt schon richtig neuesten Blast, einfach in... Oh, perfekt. Perfekt. Ähm. Warte, rechts, komm, renke, renke, komm mal zurück und rechts. Wieder zurück und rechts. Pass auf, da kommt ein Ganner. Ja, den können wir kennen, hab ihn, okay, komm. Hier, perfekt. Komm, gehen wir einfach vor. Ja. Bist du direkt dran? Ja, ich bin direkt dran. Okay, komm, 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 komm. Ja. Wir gehen rechts hoch, rechts hoch. In Chile? Ja. Wir... Rechts weiter, rechts weiter, wir wollen nicht den einen Blast, hier. Ah, warte, warte, warte. Ja, lass blasten, sweet, two, one. Das war, wir waren da ja getrennt, ne? Ja, ich hab direkt in Ganner gelandet. Ja, sorry, sorry. Das war von mir, war auch scheiße. Ich dachte, den kriegen wir, weil ich hab nen Näh drunter geworfen, der hat Insign, und ich dachte mir, ja komm, die viel musst du nehmen. Ja, das Ding ist, das Ding ist mit dem Blast, ne? Man will's nicht racen für einen einzigen, aber hätten wir's gemacht, wär's trotzdem ein Blast gewesen und wir werden nicht, äh, getrennt und verreckt. Shit. Ich warte auf dich, äh, hier vorne. Oh, der könnte reinlaufen. Jo. Ah, du bist da. Schön, schön, schön. Ready for Blast? Ja. Da, oh mein Gott. Warte, 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 warte. Ja, da schauen wir nicht. Ich bin in Zim gestorben. Oh, ist das Senses, ist ein Nerd hier, Spongebobie? Wahrscheinlich. Niemand anders fragt nach Tischtennis, ey. Das sei gegrüßt, Senses ist Nerd und wahrscheinlich Spongebob. So hieß sie früher auf jeden Fall auf. Skype und BFH. Renke, ich bin bald bei dir. Nevermind, ich werde niemals zu dir kommen. Die greift mich an, Renke. Der Senses ist so low. Scheiße. Der hat von hinten gebacksteppt worden. Krass. Ich krieg ihn nicht. Ich hab ihn nicht bekommen. GG, Alter. Richtig nice. Ja, Leute, ich weiß, mein Gameplay ist nicht das Beste unbedingt immer, aber dafür haben wir richtig, also an sich so, aber richtig geile Blasts. Lass, lass jetzt doch direkt noch eine aufnehmen, einfach. Also ich meine nicht ohne Unterbrechung, sondern einfach weiter. Ja, okay. Kriegen wir, kriegen wir, kriegen wir. Ich will fahren, ich will fahren. Ich war vor dir, ich bin vor dir gelaufen bei mir. Bei dir auch? Ne. Bei mir war aber auch so ein bisschen hin und hergebackt. Okay, Karl ist noch ziemlich weit weg, da fährt er Church, glaube ich, ja. Hast du 6? Ja, nur hast du 6. Ready? 3, 2, 1. Nice aim, dude. Nice aim. Guck mal, wir haben einfach... Hinter uns. Nice. Wir sind zusammen, oder? Wo bist du? Ja, cool. Holy shit! Hier, hier. Halt, warte, jetzt. Äh, ich bin in der Sekunde rausgelaufen. Ich bin, ich kann nicht crossen, Renke. Renke, hier sind Gegner 3, 2, 1. Na, ging nicht. Ja, ja. Wir waren getrennt. Ich laufe rückwärts zu dir. Guck mal, wir haben einen neuen Map-Workout zusammen gemacht gerade. Für First Kill. Renke, links ist auch hinter uns auch, was ich. Ich bläst euch, um dich zu zählen. Ich hielte gleich 3, 2, 1. Danke. Schön. Ui, ui, ui. Oh, piste einfach. Hier ruhig, wenn du hast. Ich brauche... Also, du brauchst jetzt? Ja, ich bin da. Nein, jetzt. Sind die ein bisschen stärker und bist du mir nicht so? Ich hier einmal gleich. Ready verblässt? Ja. Lassen, ne. Mach mal 6. Warte, ich hab noch nicht. Lass mal hier links gehen. Komm, 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 komm. 3, 2... Nein, das ist ein Pirate Kick. Oh, shit. Ja, ich bin gestorben. Ja, ich auch. Okay. Es ist ein 8 gegen 4, wir müssen jetzt richtig nice blasteln. Wenn wir hinten sind, können wir es schaffen. Bist du tot? Ja. Ich bin direkt in... Warte, bleib still. Ich mach 6. Immer dieser falschen Smiles. Wir nehmen Sneaky Weg hier, ne? Ja. Das ist ja richtig. Wir... Dude, ich fahr rein. Nein, nein, nein. Geh mal bitte auf F2. Weil dann kann ich F3 drücken und wir blästen, okay? Ready? 3, 2, 1. Okay, das war ein bisschen sinnlos. Achso, du bist raus, wa? Ja. Mach 6. Ich hab gehalt. Den haben wir doch bitte. Nice. Das Ding ist, egal was da steht, ne? Wir können die einfach so schnell kick... Oh, leih, ich bin hier rüber gejumpt irgendwie. Oh mein Gott, Renke, ich bin gefangen hier. Von wo, man? Ich hab grad auszusehen. Wen, äh... Ich hab grad wen beim Schreiben gekäht, aber... Jörg, Alter, würd ich wieder machen. Ja, gerade laufs bei mir richtig fluid, also dass das Game auch richtig gepisst, denn auch jetzt... Hast du bisschen Dings runtergestellt? Ja, ich hab auch, ich hab auf 30 FPS und ich kann richtig gut aufnehmen. Sieh, 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 nicht gleich immer aufgeben. Es gibt immer eine Lesung. Hm. Ja, aber dann haben wir unsere Först wieder gecapt'n, ne? Ah, je, je, hier, hier. Ich hab grad nicht wartet. Okay. Lass mal rechts rum, lass mal rechts rum, rechts haben wir... Rücken zum... Da, oh mein Gott, guck mal, wie wir die... Bessen, ready, 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 rechts, rechts, rechts. Ja. Sweet, two, one. Bitches, Alter, Bitches, das war my bad, das war my bad, wir hätten warten sein. Die haben uns richtig in das Counter-Basset. Ich dachte, vielleicht pieken sie, aber es war my bad. Wo bist du spawned? Ich bin... Äh, bei der... Okay, ich hab einen. Ich hab ihn dir mal gesteert. Burly. Es war... Okay, secured, dude. Just for safety. Ja, gleich hat er den GR-Bot, Digga. Sorry, Mann. Kommst du zu mir? Lass mal links hier rum. Lass mal links rum. Komm mal zu mir. Ich hab aber low und kann nicht gleich hier, wenn du da bist. Okay. Da kommt wer? Ready for blessed? Lass, lass durch, lass durch, three, two, one. Das wär so nice gewesen. Aber ich hatte noch 70 Leben oder so und wurde einfach gekehlt von seinem Blast. Ich verstehe nicht, warum, aber... Ich bin da gleich für hier. Ich weiß nicht, ob du noch bekommen hast. Hast du überlebt, das ganze Ding? Ja. Sehr schön. Sie wissen nicht so ganz genau, wer du bist, wer du bist. Hast du blessed, ready? Ja, Mann. Aber hier ist keine Klaus, hier ist keine Klaus. Du hast six. Pass mal rechts. Da kommt wieder richtig. Three, two, one. Oh mein Gott, die haben so viel Schaden gefressen. Renke, komm zurück. Ich hab... Renke, du, rechts von uns sind richtig viele, ne? Du darfst noch nicht draußen stehen. Du überlebst einfach, du bist ein Hacker. Ohne Tonic sogar. Ja. Ready for blessed? Nein, das nicht blassen. Lass weg hier, lass weg hier. Ich bin low. Lass mal wieder rechts, äh, zu unserer First. Ah, da kommt ein alter, die kommt, die kommt, die kommt, die kommt. Ich bin weiter weg geblastert worden, ich kann dir nicht helfen. Wie du überlebt, wie du keinen Schaden frisst, Alter. Du hast gutes Movement oder so. Diesmal habe ich sogar getonikt, aber ich hätte es auch so überlebt, glaube ich. Oder wollen wir doch einfach jede Runde einfach cutten und dann immer so Turn 1, 1, 2, 3, weil das ja alles eh hintereinander ist? Na, diese Runde fand ich schon ein bisschen egal, ja. Nee, nee. Wir wollen keine Unterbrechung gemacht haben. Wir können auf jeden Fall noch die nächsten Folgen alle aufnehmen, aber dass wir diese wenigsten zusammenpacken, weil das haben wir... Ja, ja. Das ist der extra Big Mac. Lass mal links durch, lass mal links durch Ready? Bist du da? Ja, warte, ich brauche hier, Max. Ich hab mich hier, Tonic einfach. Ja, ja. Ready for Blast? Äh, ja. Hier ist aber keiner. Doch, da ist einer. 3, 2, 1. Den kriegen wir. Nice. Den haben wir. Killed. Oh, shit. Nice. Ja, ich hab ihn. Sehr schön. Ich hab auch einen, der noch gekommen ist. Ich bin tot hinter uns war Senseless Nerd. Okay, okay, dann ist das der zweite Teil, Leute. Dann kommt noch... Ich weiß nicht, wie viele Teile kommen. Das seht ihr vielleicht im Titel. Wenn ihr Bock auf diese Soldier... Das ist sozusagen jetzt eine kleine... Wie heißt denn sowas, Renke? Folge? Ne, äh... Serie? Serious, ja. Serious, genau. Wir werden das jetzt einfach ununterbrochen weiterspielen, weil mir macht das gerade richtig fun und wir verkacken auch. Also, das heißt, wir stompen nicht. Das ist das Schöne. Das ist, finde ich, schöner... Schöne 100er-Mate. Nice, dude. Das ist schöner anzugucken, als wenn wir stompen. Und mit dem Blast, mit dem Teamwork, finde ich... Ich glaube... Ich kann mir vorstellen, dass euch das Spaß macht... Hinter uns, hinter uns! Ready, 3, 2, 1, 1, 2, 1... Dass euch das Spaß macht, zuzuschauen. Dann könnt ihr einfach diese Serie weitergucken, diese Series. Wir werden einfach jetzt das in unterschiedlichen Parts, solange wir noch Bock haben, immer spielen. Und jede Runde ist ein einzelner Part, den wir nach und nach hochladen werden. Uns wird's freuen, wenn ihr sie guckt. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Das war der zweite Part von dieser Series. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Stats kann man nicht angucken. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Game. Bis dennne! Ciao, ciao!